Hallo und herzlich willkommen zu SketchUp in 30 Minuten. In dieser kurzen halben Stunde wirst du lernen, wie du zu SketchUp kommst und wie du schon dein eigenes Möbel konstruierst. Also Learning by Doing, wir zeichnen diesen Ulmer Hocker, ein Klassiker der Designgeschichte und du wirst dabei die wichtigsten Grundwerkzeuge kennenlernen, um in SketchUp Projekte zu zeichnen. Danach bist du noch kein Vollprofi, aber du hast die wichtigsten Grundlagen, um mit SketchUp schon deine eigenen Ideen zu realisieren. Wenn du bisher noch gar keinen Kontakt mit SketchUp hattest, dann ist das genau der richtige Einstieg für dich in das kostenlose CAD-Programm. Auf geht's und viel Spaß beim Zeichnen! Um zu SketchUp zu gelangen, gehen wir auf www.sketchup.com und wir gelangen hier zu dieser Seite von Trimble. Das ist der Anbieter von SketchUp. Und wir sind jetzt auf der englischen Version. Um das umzuschalten auf Deutsch, gehen wir ganz da unten hin. Da sind die Spracheinstellungen. Ich schalte es hier mal um und da haben wir es auf Deutsch. Ja, jetzt brauchen wir ja eine bestimmte Version von SketchUp, und zwar die kostenlose webbasierte Version. Die findet sich hier unter Abonnements und Preise. Und es werden mir sofort die beruflichen Optionen angezeigt, also wenn ich SketchUp gewerblich verwende. Das interessiert uns jetzt nicht. Was wir wollen, ist hier dieses Fenster Privat und das ist die Version, die wir jetzt nutzen werden. Also SketchUp Free für Web, das ist kostenlos und wer jetzt da kein Konto hat, der klickt hier auf Anmelden und meldet sich dann eben bei Trimble an, also mit Benutzername und Passwort. Ich melde mich da jetzt einfach an, weil ich ja schon ein Konto dort habe. Und ich werde jetzt automatisch weitergeleitet zu meiner SketchUp App. Das ist immer diese Adresse app.sketchup.com. Das würde ich mir speichern als Lesezeichen im Browser, weil dann kommt man ganz schnell auf seine Startseite. Die sieht bei mir jetzt so aus, da liegen meine verschiedenen Projekte drin. Und wir können hingehen und sagen, wir erstellen hier was Neues und suchen uns eine Template, also eine Vorlage, und zwar in Millimetern. Und dann wird die automatisch für uns erstellt und wir sind in unserer SketchUp Welt drin und können sofort loslegen. So, wie starten wir denn jetzt los in SketchUp? Ich sehe gerade, bei mir ist noch alles auf Englisch eingestellt. Hier unten steht Measurements, da sollte Maßangaben stehen. Ich werde das gerade ändern und gehe hier auf diese drei Balken, also ins Menü rein. Und hier sehe ich die Einstellungen, die App Settings. Und hier können wir die Sprache sofort ändern. Ich gehe auf Deutsch. Er will, dass ich die Seite neu lade, also Reload Now. Das machen wir. Da haben wir ein bisschen Geduld, bis sich das wieder aufgebaut hat. Und da sollten wir eigentlich zum Homescreen wieder kommen. Genau, da sind wir. Und jawohl, es ist auf Deutsch. Startseite heißt es hier. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir öffnen jetzt ein Modell und deswegen gehen wir hier auf Öffnen. Es ist auf dem Computer gespeichert, deswegen mein Computer. Ich öffne diese Datei hier, die wir eben runtergeladen haben. Und jetzt lädt er das in SketchUp rein und da sind wir. Ja, und jetzt steht hier, es wird eine temporäre Datei angezeigt. Also wir haben hier jetzt was vom Desktop hochgeladen und haben das erstmal noch nicht in der Cloud wirklich gespeichert. Du hast es noch nicht auf deinem Trimble Connect Konto gespeichert. Und das kannst du machen, indem du hier auf Speichern gehst. Wählst hier diesen Ordner SketchUp. Also man muss immer diesen Zwischenschritt machen, blöderweise. Und ich gehe auf SketchUp. Und jetzt kann man das speichern. Du gibst hier unten den Modellnamen ein. Ich habe das ja schon jetzt bei mir drin. Ich nenne das einfach mal Ulmer Hocker Tutorial 2. Und gehe auf hier Speichern. Und jetzt ist das bei euch in eurem eigenen Trimble Konto auch so gespeichert. Ihr müsst euch keine Sorgen ums Speichern dieser Datei machen, dass eure Änderungen nicht verloren gehen, wenn ihr jetzt bearbeitet. Weil es wird alle 5 Minuten automatisch gespeichert. Also hier sieht man immer diesen Stand. Es ist bei mir jetzt gerade gespeichert. Diese 5 Minuten, dieses Intervall des Speicherns, das kann man auch bei den App-Einstellungen einstellen. Wenn euch das zu wenig ist, geht ihr auf 2 Minuten oder 1 Minute oder wie auch immer. Ihr könnt euch dann sicher sein, dass diese Datei immer automatisch gesichert wird. Und ihr könnt da von jedem PC aus drauf zugreifen, solange ihr euch bei eurem SketchUp-Konto anmeldet. Nochmal der Hinweis, ich würde mir diese Internetadresse app.sketchup.com, die würde ich mir als Lesezeichen speichern. Weil dann kommt man ganz easy und schnell immer dahin. Was ich auch machen würde und wie ich arbeite, ist, ich mache hier, ich benutze diesen Vollbildmodus. Bei Firefox ist das ganz einfach, ein Klick auf diesen Pfeil. Wenn ihr diesen Pfeil nicht habt, den kann man ganz einfach einblenden mit hier rechter Mausklick auf diese Lesezeichen-Symbole. Und dann geht ihr auf Anpassen und dann kann man auch diesen Pfeil da hinzufügen. Auf jeden Fall im Vollbildmodus macht es mehr Spaß, man hat weniger Ablenkung. Und es ist ein größerer Bildschirm. Gut, ganz kurz zur Benutzeroberfläche. Ihr habt es ja schon gesehen, hier ist dieses Startmenü. Da kommt man auf die Startseite nochmal zurück, wenn man das will, wo man seine Projekte gespeichert hat auch. Hier haben wir die ganzen Werkzeuge, die es gibt. Auf der gegenüberliegenden Seite hier haben wir diese ganzen Einstellungen, diese Panels für Material, für Farben, für die 3D-Bibliothek und so weiter. Da könnt ihr das, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Hier unten haben wir so eine Befehlsleiste. Das heißt, man sieht, was die einzelnen Befehle machen. Hier rechts sind die Maßangaben. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Feld, auf das ihr immer schauen sollt, wenn wir jetzt diesen Hocker zeichnen, damit ihr eben die gleichen Maße benutzt in diesem Tutorial. So, und ohne noch mehr Worte zu verlieren, jetzt fangen wir doch mal an mit SketchUp. Das erste, womit wir starten, ist die Navigation, weil wir sind hier im dreidimensionalen Raum unterwegs. Hier haben wir immer den Koordinatenursprung. Das sind die Standardfarben dieser drei Koordinatenachsen, die wir haben. Und anders als in einem 2D-Programm haben wir hier halt die Tiefe mit dabei. Wir sind im Raum. Das heißt, eine gute Navigation ist ganz wichtig und wir fangen mal damit an und zoomen uns mit dem Mausrad nach vorne auf diesen Hocker, auf diesen fertigen Hocker. Die Maus, die zoomt immer dahin, wo der Mauszeiger sich befindet oder er zoomt eben raus, wenn wir die Maus nach hinten drehen. Das heißt, ich kann hier ganz rechts hinzoomen oder ich kann ganz gezielt hier auf diesen Hocker hinzoomen. Wenn ich jetzt mein Mausrad drücke, dann kommt dieses Orbit-Tool. Das heißt, ich kann hier im Raum mich schwenken. Ich kann meine Ansicht schwenken und ich sehe nun verschiedene Perspektiven von diesem Hocker. Wenn ich jetzt noch dazu die Umschalttaste drücke, also Maustaste drücken plus Umschalttaste, also Shift, dann kann ich hier in dieser Ebene meine Ansicht hin und her ziehen. Das heißt, ich schwenke nicht, sondern das ist jetzt wie das Blatt, das ich vor mir auf meinem Schreibtisch hin und her schiebe, nach oben, nach unten. Und das sind schon mal ganz wichtige drei Befehle. Also dieses Zoomen rein, Zoomen raus, das Mausrad drücken. Das heißt, wir können unsere Ansicht schwenken. Und wenn ich jetzt noch Shift drücke, dann habe ich diese Hand. Und wir können uns hier unsere Ansicht so legen, wie wir sie brauchen. Gut, jetzt schauen wir mal unser Objekt an, was wir hier bauen. Das ist dieser kleine Hocker. Der ist recht bekannt, deswegen habe ich den ausgewählt. Das ist der Ulmer Hocker, der entworfen wurde von Max Bill, der damals Rektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung war. Das ist ein Klassiker der Moderne, ein ganz einfaches Ding. Die Maße sind hier in diesem Fall etwas angepasst, damit sie einfach rund sind. Das heißt, der ist 400 Millimeter breit, der ist 300 Millimeter tief und so eine klassische Sitzflächenhöhe von 450 Millimeter. Jetzt schauen wir mal hier auf diese Explosionszeichnung des Hockers, einfach damit wir wissen, was bauen wir denn jetzt für Teile. Weil wir bauen wirklich die verschiedenen Einzelteile und setzen die dann wirklich zusammen. Also wir fangen an mit diesen beiden Seitenteilen, mit den Schwalben. Dann bauen wir unsere Sitzfläche mit den Zinken. Wir haben hier diesen Steg, den wir da reinsetzen werden. Und zu guter Letzt noch diese zwei Standleisten. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. So, wir navigieren uns jetzt so, dass wir hier im vorderen Bereich vor unserem Modell bauen können. Und wir starten jetzt sofort rein. Und zwar, wir bauen die Seiten des Hockers. Also wir fangen erstmal mit einer Seite an. Und wo starten wir? Wir setzen erstmal die Grundfläche auf den Boden, die diese erste Seite hat. Also dazu nehmen wir hier unser Rechteck-Tool. Klicken da einmal drauf. Und ich klicke jetzt hier unten in den Raum einfach mal rein. Ich habe jetzt einmal geklickt. So, und jetzt geben wir Maße ein. Wir haben hier eine Materialstärke am Hocker von 20 Millimetern. Das heißt, ich gebe das mal ein. Unten rechts sind die Abmessungen eingeblendet. Das heißt, da könnt ihr das nachvollziehen, was ich eintippe. Und Maße werden immer mit einem Komma getrennt. Also ich gebe ein 20, und ich weiß, der geht 300 Millimeter in die Tiefe. Also gebe ich 20,300 ein. Bestätige das mit Enter. Und dort liegt nun die Grundfläche meiner Seite. Und in SketchUp kann ich eben ganz einfach aus einer Grundfläche sofort einen Volumenkörper machen. Und das geht mit diesem Drücken- und Ziehen-Tool. Wir gehen etwas näher ran, damit wir es besser sehen. Diese Fläche, die wird jetzt so gepunktet. Und ich klicke einmal drauf. Und ziehe das Ganze in die Höhe. Wie hoch soll ich das ziehen? Hier hinten sehe ich die Maße. Die Sitzhöhe ist bei 450. Und genau, das geben wir mal ein. 450 und Enter. Und da steht nun unsere erste Seite. So, ich will aus diesem Befehl, den ich jetzt immer noch auf der Maus habe, also drücken und ziehen, aus dem will ich jetzt rausgehen und ich drücke dafür die Leertaste. So, jetzt haben wir eine Seite. Wir wissen aber, wir brauchen genau die gleiche Seite ein zweites Mal. Und was wir dafür machen, ist, das zu markieren. Also ich ziehe ein Rechteck um diese erste Seite, die wir gebaut haben, sodass alles markiert ist. Und wenn alles blau ist, dann klicke ich mit der rechten Maustaste da drauf und sage Komponente erstellen. Weil wir machen jetzt eine Komponente aus dieser Seite. Definition, da gebe ich einfach mal den Namen ein. Das ist Seite. Da ich leider schon eine Komponente mit dem gleichen Namen habe, gebe ich jetzt, sage ich, die heißt Seite 01. Und mehr muss ich da gar nicht machen. Ich drücke OK. Und das hier ist jetzt unsere Komponente. Und was das genau heißt, das sehen wir gleich. Als erstes wollen wir davon ein Duplikat erstellen. Und dafür nehmen wir hier unser Verschieben-Tool, also dieses Kreuz. Und wir gehen an einen Eckpunkt. Ich gehe jetzt hier vorne links an diesen Eckpunkt und klicke da einmal. Und jetzt, ja, ich kann diese Seite verschieben. Aber ich wollte ja ein Duplikat erstellen. Deswegen drücke ich STRG. Und ihr seht, da bekommt man ein kleines Plus an dieses Tool dran, an dieses Verschieben-Kreuz. Und das heißt, mein Original wird stehen gelassen. Aber er gibt mir ein Duplikat, was ich dann nach Belieben verschieben kann. Und ich kann das jetzt irgendwo hin verschieben. Aber ich weiß, das soll ja genau in dieser Linie hier von meiner ersten Seite entfernt stehen. Und SketchUp bietet einem immer verschiedene Hilfslinien an. Und jetzt kann ich das hier irgendwo im Raum positionieren. Also diese gestrichelte Linie ist schwarz oder sie wird rot. Das heißt, ich bin parallel zu meiner Koordinatenachse hier unterwegs. Und genau das will ich ja. Also ich will das ja genau parallel verschieben. Und wie weit verschiebe ich das Ganze? Also ich bin von diesem Punkt ausgegangen. Und wenn ich den jetzt, also wenn ich eine Breite von 400 haben will, dann muss ich natürlich einmal die Materialstärke abziehen. Das heißt, ich gebe 380 ein, bestätige das mit Enter und da steht meine Seite auf der richtigen Position. So, wir manövrieren uns jetzt mal so, dass wir seitlich auf die beiden Seitenteile drauf schauen können. Und wir machen einen Doppelklick auf eine Komponente drauf, sodass wir die bearbeiten können. Dann nehme ich dieses Maßband-Tool hier, weil damit kann man Hilfslinien machen. Und ich gehe jetzt hier oben an die Kante, sodass ich diesen roten Punkt bekomme. Und gehe da nach unten, und zwar 20 Millimeter, unsere Materialstärke, weil wir zeichnen jetzt unsere Zinkenteilung da an. Also erstmal eine Linie mit 20 Millimetern nach unten und dann noch eine mit 10 Millimetern nach unten. Das ist genau die Mitte. Und noch eine Linie mit 15 Millimetern vom Rand weg und eine mit 45 Millimetern vom Rand weg. So, jetzt haben wir erstmal den Ausgangspunkt für unsere Schwalben, die wir hier anzeichnen. Und wir nehmen jetzt, weil die natürlich schräg sein müssen, hier diesen Winkelmesser. Also dieses bogenförmige Werkzeug hier auf der Seite. Und jetzt bekommen wir diesen Kreis. Und mit dem Kreis gehen wir genau auf den Schnittpunkt dieser ersten Hilfslinien hier. Und also klicken einmal auf den Schnittpunkt. Dann klicken wir einmal hier auf die senkrechte Linie, dass wir da eine Referenz zu haben. Also wir gehen jetzt, wir haben jetzt hier eine neue Hilfslinie und die hat als Referenz diese senkrechte Linie. Und jetzt bestimmen wir den Winkel unserer Schwalben. Und ich sage jetzt einfach mal, der soll 15 Grad sein. Geben wir die 15 ein. Und hier natürlich genau das Gleiche. Da klicken wir wieder auf den Mittelpunkt. Gehen zu unserer Referenzlinie. Und auch da sagen wir 15 Grad, aber diesmal nach innen. Und jetzt kann man da schon die erste Schwalbe erkennen. Die werden wir jetzt nachzeichnen. Und zwar mit der Linie. Also mit dem Stift. Ich gehe hier an diesen Endpunkt. Gehe an meinen Schnittpunkt, den ich hier habe. Also das hier ist ja, hier auf dieser Linie haben wir genau die Materialstärke der Sitzfläche. Das heißt, da enden unsere Holzverbindungen. Und deswegen schneiden wir jetzt auch genau hier mit der Linie rein. Also ich gehe zum ersten Schnittpunkt dieser schrägen Linie und verbinde das. Dann gehe ich hier hin zu diesem anderen Schnittpunkt, zeichne diese Schräge nach oben. Und gehe mit Space, also mit der Leertaste, wieder aus dem Befehl raus. So, jetzt kann man da schon die erste Schwalbe erkennen. Und die Hilfslinien, die wir jetzt da sehen, die sind für mich etwas zu unübersichtlich. Und ich lösche die alle direkt mal raus. Ich gehe hier auf diese Brille, auf die Anzeigeeinstellungen. Und gehe hier hin und sage, alle Führungen löschen. Weil wir brauchen jetzt keine Führung mehr. Und sie sind weg. So, und anstatt alles nach rechts weiter zu konstruieren, duplizieren wir einfach das, was wir hier gezeichnet haben. Also ich wähle jetzt die erste Schräge aus. Hoppla. Muss natürlich im Bearbeitungsmodus dieser Komponente sein. Also wenn ihr hier diese gestrichelte Linien seht, um die Komponente herum, dann seid ihr im Bearbeitungsmodus. Jetzt wähle ich mir die erste Schräge aus. Ich wähle mir die zweite aus, indem ich die Umschalttaste gedrückt halte beim draufklicken. Jetzt sind beide ausgewählt. Und ich drücke M oder ich nehme hier mein Kreuz. Also es ist beides das gleiche. Dieses Verschiebenkreuz oder M für Move. Und ich gehe hier an den Mittelpunkt. Weil genau das soll unsere Referenz sein. Und ich wähle mir den aus. Und jetzt kann ich hier diese erste Schwalbe verschieben. Aber die soll ja da bleiben, wo sie ist. Ich drücke STRG, weil dann macht er eine Kopie davon. Und jetzt bleiben wir hier auf dieser grünen Linie, die er uns vorschlägt. Und wir geben ein 60 mm. Und da ist die zweite. Und wir gehen auch nicht aus diesem Verschiebenbefehl raus, sondern ich drücke jetzt das Multiplikationszeichen, also dieses Sternchen, und gebe ein 4, also mal 4 und drücke Enter. Und ihr seht, jetzt hat SketchUp selber mitgedacht sozusagen und hat 4 mal diese Schwalben hier rüber kopiert. Wir hätten auch alles einzeln schieben können, aber mit dem mal 4 geht das natürlich viel schneller. So und was jetzt hier drauf natürlich noch fehlt, sind die Verbindungslinien. Das heißt, ich wähle mir mein Linientool aus und gehe hier an diese Endpunkte und verbinde eine nach dem anderen. Und hier hinten auch noch. Space, Leertaste, wieder zur Maus zurück. Und jetzt sehen wir hier, das sind unsere Schwalben, die hier angezeichnet sind, auf beiden Seiten jetzt. Weil wir haben zwei Komponenten. Und sobald du eine Komponente der beiden bearbeitest, verändert sich automatisch auch die andere. So, jetzt müssen wir natürlich hier aussägen und ausstemmen sozusagen. Das geht aber ganz einfach bei SketchUp. Was wir dafür machen, ist, wir nehmen dieses Drücken und Ziehen Tool wieder. Und drücken das einfach nach hinten weg. Jetzt steht hier Versatz begrenzt auf minus 20 Millimeter. Genau, das ist es ja. Wir wollen das ganze Material wegnehmen. Klicken dann einmal hinten drauf. Und schieben das alles weg. Komm. So. Fertig sind die Schwalben. Gut, ich gehe wieder aus dem Befehl raus. Gehe aus den Komponenten raus. Und ich mache jetzt direkt weiter mit meiner Sitzfläche. So, jetzt machen wir doch weiter mit diesen Standleisten, die wir hier drin haben. Und die konstruieren wir jetzt einfach aus dieser Seite auch heraus. Also wir schieben erstmal hier an der Seite alles weg, was nicht Sitzleiste ist. Weil wir stehen ja hier auf dem Boden und wir schieben das jetzt nochmal nach oben, weil es ja ein eigenes Werkstück ist, diese Standleiste. So, also ich gehe mit einem Doppelklick nochmal in diese Gruppe, in diese Komponente rein und zeichne mir jetzt wirklich mit einer Hilfslinie, also hier oben dieses Maßband, mit den Hilfslinien zeichne ich mir an, was jetzt hier Standleiste wird. Und die hat folgende Maße. Also wir machen unten vom Boden eine Hilfslinie von 20 Millimetern. machen die vom Rand 7 Millimeter rein, vom anderen Rand genauso 7 Millimeter rein. Und diese kleine Feder, die dran konstruiert wird, die ist 10 Millimeter hoch. So, jetzt haben wir hier die Umrisse dieser Standleiste. Und mit L, also mit dem Line Tool, Linie hier oben, ziehe ich auch wieder von Schnittpunkt zu Schnittpunkt mir das Ganze nach, damit das jetzt in dieser Komponente abgetrennt wird. Was ich jetzt habe, ist folgendes. Ich habe diese Fläche hier und die schiebe ich weg bis ganz nach hinten. So, und jetzt haben wir hier erstmal den Platz freigeschafft, da wo unsere Standleiste hinkommt. So, was ich jetzt hier noch aufhabe, das ist von eben, weil mich die Führungslinien gestört haben. Es ist jetzt ganz genauso. Ich gehe wieder hier auf alle Führungen löschen und es wird wieder ein bisschen übersichtlicher. Jetzt bin ich aus der Komponente, hier aus dieser Komponentenbearbeitung raus und ich zeichne jetzt erstmal die Fläche von dieser Standleiste wieder hin. Das wird dann ein eigenständiges Werkstück. Und ich gehe hier an diesen Punkt, ich gehe wieder 20 nach unten, ich gehe 20 nach rechts, gehe hier nach oben, zeichne diese Flächen nach und jetzt sage ich sofort, dass hier soll auch eine Komponente sein. Das heißt Standleiste, jetzt habe ich da schon eine im Modell drin. Ich nenne die einfach Standleiste 01, damit man die unterscheiden kann, weil die soll hinten ja genauso sein. Also, und dafür nehme ich wieder mein Verschieben-Tool, dieses Kreuz. Ich gehe jetzt mal an diesen Punkt hier und verschiebe das Ganze, aber ich verschiebe ein Duplikat, indem ich STRG jetzt drücke einfach und ich setze es hier hinten an diesen Punkt. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe in die Komponentenbearbeitung rein mit einem Doppelklick, klicke einmal auf diese Fläche und mit Drücken und Ziehen ziehe ich das jetzt. Ihr seht es, auf beiden Seiten passiert es direkt gleich. Ich ziehe das nach hinten bis an den Endpunkt. So, und jetzt haben wir unsere Standleiste da gebaut. Gut, was fehlt jetzt noch? Schauen wir uns die Originalleisten doch mal an. Ja, es fehlt hier unten noch diese Ausfräsung, damit es wirklich hier nur auf diesen Füßen steht. Und die konstruieren wir jetzt einfach noch, dann arbeiten wir nämlich auch mal mit den Bogenwerkzeugen. Gut, also um diese Komponente zu bearbeiten, drehe ich mich erstmal so, dass ich da schön drauf sehe und ich klicke doppelt drauf und kann die nun bearbeiten. So, wir nehmen uns wieder unsere Hilfslinie, unser Maßband, gehen hier auf diesen Rand und von dem Rand gehen wir 50 mm rein, weil so weit soll unsere Fräsung gehen und hier ganz genauso, wir gehen 50 mm auf der anderen Seite rein und wie tief sollen wir die Fräsung machen? 1 cm, da wird es mir schon vorgeschlagen, ihr erkennt diese Maße, die ich immer wieder verwende, 10 mm und in diesem Bereich soll unsere Fräsung liegen. Ja, damit sind wir noch nicht ganz fertig, weil wir müssen nochmal zwei Hilfslinien machen und dafür nehmen wir unser Maßband wieder und gehen von dieser Hilfslinie 50 mm rein, von dieser Hilfslinie nochmal 50 mm rein und was wir jetzt haben, wir haben definiert, wo unsere Bogen hinkommen, also unsere Rundungen der Fräsung. und jetzt konstruieren wir einen Bogen, dafür haben wir hier diese Bogentools. So, was wir brauchen ist diesen Zweipunktbogen. Der hat eben, wie der Name schon sagt, zwei Punkte, das ist einmal, wir legen hier diesen Schnittpunkt als ersten Punkt an, den zweiten Schnittpunkt und gehen damit dann nach oben. So, und das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite genauso, gehen dann nach oben und jetzt haben wir da mal unsere Rundungen. Ja, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist diese Linie hier, die anzeigt, dass wir hier wirklich was rausfräsen über die gesamte Länge. Dafür gehe ich von diesem Bogenmittelpunkt zum anderen Bogenmittelpunkt und jetzt habe ich hier den Bogen auch in zwei Teile getrennt. Ich nehme diesen Teil einfach mal weg. Hier an dem Bogen ganz genauso, mit Entfernen nehme ich das weg. Und was haben wir jetzt hier? Eine Fläche, die wir wieder mit dem Drücken und Ziehen Tool nach hinten befördern können, also da ausnehmen, ausfräsen können und da ist unsere Rundung nun an diesen Standleisten dran. Die Führungslinien, die brauchen wir nicht mehr, die gehen weg, mit alle Führungen löschen hier wieder. Ich drücke die Leertaste, ich gehe aus dieser Komponente raus und jawohl, jetzt haben wir hier unsere Standleisten konstruiert. So, als nächstes konstruieren wir die Sitzfläche. Dafür nehmen wir unser Rechteck-Tool oder drücken R und gehen an den ersten Punkt, gehen auf den gegenüberliegenden zweiten Punkt und jetzt haben wir da schon mal die Grundfläche unserer Sitzfläche. So, um die nach oben zu ziehen, nehmen wir natürlich unser Drücken und Ziehen Tool oder drücken P für Push und Pull und anstatt jetzt 20 einzugeben, sage ich einfach, das soll hier bündig mit abschließen, also mit der Oberseite, dieser Schwalbe soll das bündig mit abschließen, klicke da drauf als Referenz und jetzt habe ich die Oberseite. Aber die ist natürlich noch nicht fertig, weil wir haben da keine Zinken dran konstruiert. Da sieht man das, das ist einfach nur eine Seite und wir wollen es schon richtig machen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir markieren mit der Maus die beiden Komponenten und mit einem Dreifachklick oben diese Sitzfläche, die wir gerade gebaut haben. Jetzt ist alles markiert und ich gehe mit der rechten Maustaste drauf und sage Flächen verschneiden mit Modell. So, was jetzt passiert ist, ist folgendes, wir haben es sozusagen abgepaust, das Ganze. Also, wir haben hier unsere Schwalben auf die Sitzfläche übertragen und das heißt, wir haben jetzt unsere Zinken, die können wir jetzt auch so bearbeiten. Damit diese Sitzfläche gesperrt ist, machen wir da erstmal eine Gruppe draus. Das heißt, ich markiere alles mit einem Dreifachklick und sage Gruppieren. So, das ist ganz ähnlich wie eine Komponente, aber das ist jetzt wirklich ein Einzelteil. Bei einer Komponente kannst du ganz viele Kopien erstellen und du bearbeitest, wenn du eine Kopie erstellst, sofort jede andere. Bei einer Gruppe ist einfach nur dieses Einzelteil ist eine Gruppe und wenn du davon eine Kopie machst, dann bleibt die Kopie unberührt, egal was du am Ausgangsobjekt machst. So, und wir gehen jetzt in die Gruppe rein mit einem Doppelklick. Jetzt sieht das so aus wie bei der Komponentenbearbeitung und gehen hin und sagen, ja, das hier, das drücken wir jetzt natürlich auch weg, weil da sollen unsere Schwalben reinpassen. Das machen wir überall mal. So, auf der anderen Seite ganz genauso. Dafür, ich schiebe nochmal diese Seite rüber. Dann kann ich da besser arbeiten. Ich gehe nochmal in die obere Gruppe rein und ich drücke mir meine leeren Stellen einfach weg. So, ja, fertig ist auch die Sitzfläche. Jetzt schieben wir doch nochmal die Komponente an diesen Eckpunkt da ran, dass das wirklich schön aufeinander sitzt. Für das schnelle Verschieben ich benutze immer die Taste M als Shortcut. Also M für Move und man kommt ins Verschieben rein. So, jetzt steht da erstmal das Grundgerüst unseres Hockers. So, was fehlt jetzt noch? Das Letzte, was noch fehlt, ist dieser Steg hier, der genau mittig in der Breite dieser Seite sitzt. Und um das zu konstruieren, nehmen wir uns unser Maßband wieder, weil wir legen uns erst eine Hilfslinie an. und zwar gehen wir von hier unten, also vom Anfang der Standleiste 15 cm nach oben, 150 mm und gehen dafür genauso 150 mm rein und jetzt ist dieser Schnittpunkt der Mittelpunkt unseres Steges, unseres Verbindungssteges. Den will ich ja jetzt wirklich hier aus dieser Seite rausnehmen. Das heißt, ich mache die Komponente wieder auf mit einem Doppelklick, nehme mir hier, da wo das Rechteck-Tool auch drin ist, mein Kreis-Tool. Also, damit kann ich einen Kreis zeichnen. Ich gehe auf den Schnittpunkt und der Radius, wie breit soll der sein? 15 mm ist der auch wieder. Und jetzt haben wir da unseren Kreis und mit dem Drücken und Ziehen-Tool machen wir da ein Loch draus. So, und da, ich kann das jetzt hier schwer sehen, bis wohin ich gehen soll. Ich weiß aber, ich habe eine Materialstärke von 20, das heißt, ich gebe die 20 ein und ich kann jetzt hier durch die Seiten durchschauen. Wunderbar. Und genau da kommt natürlich jetzt der Steg rein. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier rechts geklickt, das heißt, ich bin wieder aus dieser Komponente raus. Ich lasse mir aber noch diese Hilfslinien hier stehen, weil ich brauche jetzt diesen Mittelpunkt, weil das soll der Ausgangspunkt für den Steg sein. Ich nehme mir wieder meinen Kreis-Tool, gehe hier drauf und sage, genau das soll der Radius sein. Und jetzt drücke ich das Ganze oder ich ziehe das Ganze, je nachdem, wie man es sehen will, auf die andere Seite rüber. Dafür navigiere ich mich hier um das Modell rum, gehe hier als Referenz einfach auf diese Seite drauf und jetzt haben wir den Steg. Der Steg ist noch keine Komponente, er ist erstmal, oder keine Gruppe. Er besteht aus Einzelteilen, aber jetzt klicke ich mal dreifach wieder auf diesen Steg drauf. Es wird alles markiert, was Steg ist und ich sage, bitte wieder gruppieren. Und da haben wir unseren Steg jetzt als komplettes Teil. So, was da jetzt noch fehlt, ist dieser Keil, den ich hier eingezeichnet habe, einfach damit der Steg in der Seite da festgeklemmt ist. Und dafür gehe ich hier auf meinen Steg, mache da einmal einen Doppelklick, bin jetzt in dieser Gruppenbearbeitung und den zeichne ich jetzt echt nur frei Hand ein, weil das müssen wir nicht wirklich konstruieren. Und ich zeichne hier einfach zwei parallele Linien ein. Die sind jetzt nicht ganz mittig, das ist mir jetzt aber auch egal. Das dient jetzt einfach nur der Optik. Ich mache es auf der anderen Seite ganz genauso. Ich gehe in die Gruppenbearbeitung rein, zeichne mir meine Linie hier drauf. Gut. Ja, jetzt haben wir den Hocker soweit fertig. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind diese Farben. Und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs ins Thema Farben. Und das ist hier auf dieser rechten Seite zu finden. Und zwar hier unter Materialien, da wo dieses Schachbrettmuster auf dem Würfel drauf ist. Und jetzt werden hier alle Materialien angezeigt, die ich mal hier verwendet habe in diesem Modell. Und wenn man hier oben drauf geht auf Durchsuchen, dann findet man alles, was erhältlich ist. Bei dieser Free Version von SketchUp ist das nicht allzu viel und man kann auch nicht allzu viel da konfigurieren. Aber es reicht jetzt erst mal. Und ihr könnt da drauflegen, was ihr drauflegen wollt. Ich nehme jetzt genau das Blau, was ich da im Original auch hatte. Ich klicke mit diesem Farbeimer jetzt einfach mal auf meine Gruppe der Sitzfläche, die ich hier hatte. Dann auf die Standleisten. Die sollen blau werden. Der Steg soll blau werden. Und ja, im Steg dieser Keil, das ist ja nochmal ein anderes Stück, da markiere ich mir nochmal meine Gruppe. Weil sonst wird alles eben weiß, wenn ich das jetzt markiere. Ich nehme mir die weiße Farbe und sage hier, dieser Bereich soll noch weiß bleiben. Und hier auf der anderen Seite ganz genauso. So, und jetzt haben wir unseren Hocker ganz genauso nachgebaut, wie er da stand. Und damit haben wir jetzt mal wirklich die absoluten Grundlagen von SketchUp und von der Konstruktion in SketchUp mal durchgemacht. Ihr könnt mal weiter ausprobieren, was man hier alles noch mitmachen kann, mit den Werkzeugen oder mit diesen ganzen Panels, die auf der rechten Seite sind. Da gibt es viel und da kann man sich einfach mal durchklicken und ein bisschen rumspielen, weil doch viel, viel möglich ist und das alles gar nicht so schwierig ist. Die Hauptsache ist, man hat eine gute Navigation. Man kommt schnell dorthin, wo man hin will. Man baut seine Sachen so, wie die wirklich gebaut werden. Also das heißt, man macht da Gruppen draus oder man macht Komponenten draus, sodass die Einzelteile wirklich voneinander getrennt sind und einzeln auswählbar sind. Und dann kann in SketchUp eigentlich gar nichts schief gehen und ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Ausprobieren.